Ich danke, dass wir uns gemeinsam bei dem Campus Gesundheit in der FH Reet anschauen, der vor kurzem ja als besonders nachhaltiges Gebäude eröffnet worden ist. Wir gehen jetzt kurz durch und du zeigst uns da, welche wichtigsten Nachhaltigkeitsdimensionen sich in den Details und in den Offensichtlichkeiten verstecken. Ja, wir haben versucht, die breite Baukupatur des Baukörpers einfach noch Qualität zu schaffen und haben in Wahrheit hier zwar große Lichthöfe, die einfach auch die unteren Räumlichkeiten noch lichtdurchfluteter aussehen lassen und einfach auch Qualität hereinbringen in das Ganze. Von den Materialien sind wir ab dem Erdgeschoss im Prinzip im Holzbau unterwegs. Und da sieht man schon, was ist denn mit den Fenstern? Genau, Dreifachverglasung haben wir hier im gesamten Gebäude. Die Fenster haben keine Kippfunktion, hat einfach den Hintergrund, dass man einfach da ein bisschen dem Nutzerverhalten gegenwirkt und weil wir einfach sehr reduzierte Haustechnik in diesem Gebäude haben. Das Nutzerverhalten gleich ins Fensterdesign sozusagen? Ja, genau. Die bunte Holzfassade, die man da jetzt beim Blick aus dem Fenster sieht, welche Geschichte gibt es denn zu der zu erzählen, Tobias? Ja, auf der einen Seite wollten wir eine attraktive Fassade seitens der Architektur machen, dass die Fenster in Szene gesetzt werden und hinsichtlich der Nachhaltigkeit ist es so, dass wir eine Holzlasur aufgebracht haben, eine Vorvergrauung, die keine Metalle ausspülen soll, aber auch so ist, dass sie wartungsarm ist. Also wir haben das so ausgewählt, dass es in zehn Jahren nicht zum Nachstreichen ist, sondern wirklich von innen auch nachvergraut. Tobias, wir sind in deinem Lieblingsplatz angekommen. Warum ist es der? Ja, weil wir sind im zweiten Obergeschoss. Das ist ein Wartebereich im Verwaltungsbereich, kann man so sagen. Und hier ist es Licht durchflutet, hier kommt das Tageslicht herein und das ist einfach ein ruhiger, netter Ort, hier zu warten. Wenn wir uns jetzt das ganze Thema Nachhaltigkeit noch einmal von der Planungsphase weg anschauen, welche Dimensionen der Nachhaltigkeit kennzeichnet denn dieses Gebäude? Ja, ein großer Punkt zur Nachhaltigkeit ist sicher, dass wir einen bestehenden Keller stehen haben lassen, was uns natürlich dann auch geholfen hat, hier einen Holzbau hinzustellen. Kommen wir zu den Nutzern. Das Gebäude ist ja schon in Betrieb, es ist belebt. Wir haben das schon gesehen, es sind ein Haufen Studierende da. Die Büros sind besetzt, die Verwaltung findet schon hier statt. Was gibt es denn für erste Rückmeldungen von den Nutzerinnen und Nutzern? Ja, sehr positiv von den Nutzern. Man merkt es einfach unten, wenn man reingeht. Im Schulbereich ist sehr viel Bewegung da. Ich denke, es wird recht gut angenommen und auch die Rückmeldung seitens der Bauherrschaft ist recht gut. Und ich glaube, auch der Schritt dahingehend, endlich ein neues Gebäude zu haben und moderne Räumlichkeiten, das ist sehr gut angekommen. Haben Sie ein bisschen eine Geschichte der Nachhaltigkeit auch den Nutzern erzählt? Ja, immer wieder. Das waren wichtige Argumente, gewisse Beweggründe einfach auch so mitzuteilen. Ich hätte noch eine ganz persönliche Frage an dich, Tobias. Was hat dir am meisten Spaß gemacht, dabei diesen Campus hier zu planen? Ja, der Bauherr ist zu uns gekommen und hat gesagt, wir wollen ein Leuchtturmprojekt machen. Und das Spannende an dieser Aufgabe war, dass wir, und das Schönste an dieser Aufgabe war, dass wir das vereinen haben können mit dem Thema der Ästhetik des Gebäudes, der Nachhaltigkeit des Gebäudes und auch der Funktion des Gebäudes. Ein Gebäude muss trotzdem funktionieren. Und unter dem Deckmantel, dass wir die Kosten gehalten haben. Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank, Tobias. Danke. Vielen Dank.